heidi ho meine lieben ich bin es wieder euer g-man besser gesagt heidi ho youtube wie so schön immer kaya sagt wir zocken heute in vulcanoids rein und schauen uns das mal an mit dem david und dem las zusammen die bei dir schon rumstreunen und da schauen wir mal was geht und was das spiel so im pedo hat und so und david wollte uns oder wollte mich grad schon über eine kleinigkeit aufklären nämlich über den heimer da oben in der mitte läuft ja genau wir haben nicht mehr so viel zeit wir sollten möglichst ja wir haben gleich später noch ein tunnelbohrer mit der dann quasi als unsere basis funge fungiert und ja da müssen wir im endeffekt wirklich schnell abtauchen sonst tötet uns der vulkan gesagt ansonsten oben rechts stehen aber die mission habt ihr jetzt schon mit dem kapitäten gequatscht ja okay naja der wollte dass ich nach unten geben also oben rechts steht jetzt nur hier zeigt aber als vater opfer bahn herstellen aufgabe für knatterbüchse hat dann ist jetzt gemacht hat er nicht mehr warte mal bräuchte erst die zutaten für oder die hat las jetzt gerade schon also wir müssen uns am anfang vielleicht ein bisschen beeilen wie gesagt auch cool also wenn man das machen zählte von uns alle mit alter die links geräusche sind auch viel zu laut warte mal gut aber ja das muss man wissen will ich bitte hier oder hoffen nur das kriegt hier schnell noch hin weil auf minuten ist wenig warum sind denn die soundgeräusche sind übel heftig habe sie schon fast ganz runter gedreht okay so jetzt soll ich zu der werkbank bestand hoffe der tausend mit dem sound hat er erst dann nicht funktioniert hier wie wartet jetzt jetzt musik hier muss erst mal ansatz ansatz ein peiler hier sind überall kisten immer alles mit oder alles was man mitnehmen kannst alles rausnehmen einfach immer unten alles nehmen wir machen die typ richtig arm bringt uns sachen bei und wir rauben ihn einfach aus bisher hier auch finde könnte er immer so sein immer die hilfsbereiten ausnutzen wollen den finger geben das gleiche ganz nahe so ist es ich habe jetzt nicht mehr und eher weniger ich habe jetzt den komischen kern wo was soll ich muss denen hier hinten ja ein paar nicht darunter wo muss ich denn jetzt hin eigentlich mit dem koffer wie gesagt mit dem sound dazu hin leute ich will bloß nicht nach was nachher die action losgeht und ihr hört uns nicht mehr da bin ich meine die ich habe euch geholfen ich muss jetzt hinterher rennen ich habe ein revolver oh ja also genau das 2 ist bei dir die spitzhacke damit kannst du steine abhacken sag ich mal die kriegst du auch angezeigt wenn du wenn du die handel sammeln genau sammeln kannst mit schrott und quasi deine 1 ist dein ja dein werkzeug um sachen zu reparieren beziehungsweise den bauhammer einfach warum schießt nicht auf mich der arsch im arsch bist du aus empfindlichkeit auf jeden fall umstellen oder öffnen unmöglich toll bluten kannst du nur wenn du die waffe aus der hand nimmst ich glaube ich hatte so gerade in der hand ich konnte trotzdem ist zeug aus dem rausnehmen wir sterben gleich sagt mir mal bitte wohl den komischen kern hin machen soll es wird ja auf der map angezeigt guck mal hier hier heißt übernehmen was wir da müssen wir in den dinge rein hier aus ja so ist glück besser würde meistens immer über die quest wird die meistens immer angezeigt was du was du was machen musst oder kann hier kommst du rein genau und hier oben heute lass mal feiler wo es ist von der anderen seite hier können wir quasi reingehen und hier oben hängt dann das rad und einfach drauf klickst und dann schiebst oder draht drin wie gesagt es wird dir meistens auf der map angezeigt der nicht aber ich kann jetzt nichts machen dann musst du es anklicken mit links oder rechts dann schieß ich ich hab auch gerade drauf geschossen so drill wurde übernommen steht da drauf so jetzt aufrufen anrufen zwei meter genau mein essen ist da leute ich wünsche euch viel spaß modul sind module sind beschädigt stellen sie die reparatur satz her und benutzen ihn reparatursatz herstellen genau ist meistens mal in der werkbank also hier unten die habt ihr die werkbank wie so werk bankisch aussieht denke ich aber genau ist dann abtrennen tools es müsste oben reparations modul ja genau ach so du hast du vielleicht gleich noch auf deutsch stellen wo konnte ich denn hier die sprache einstellen da kann ich glaube die wird nur oder nee weil mir es ist auf deutsch ach so ok und da ab options und dann bei mir ist ja schon auf deutsch stimmt ja ist ja logisch ach so lass du musst du es machen du hast die die dings zwei stück wollen wir müssen wir wenn wir müssen mal gucken wo vielleicht haben wir ja ratursatz habe ich schon zwei stücke in der tasche ach so soll ich denn reparieren hier oben oder es wird ja angezeigt hier oben das soll zu reparieren und du brauchst du schraubenschlüssel dazu genau siehst du hier oben die markierung modul zwei meter entfernt fünf meter bei mir ja das hier wo 80 steht oder hier unten steht doch modul reparieren siehst du es nicht da genau so jetzt wird dir noch ein anderes angezeigt wie gesagt das wird dir immer angezeigt und jetzt hier unten siehst du sogar anrufen also wie gesagt guck wenn du nicht was man muss ja erstmal mit den symbolen klarkommen und dass das schild bedeutet dass man da was reparieren kann aber dass das das was sie hier siehst da steht immer was du machen muss seine quest wird dir immer angezeigt also wenn du mal nicht weiß was du machen sollst dann musst du entweder was kraften was oben rechts steht oder es wird er auf der karte obwohl es wird dir sogar glaube ich angezeigt wo du was kraften kannst deswegen da einfach immer den wohnen aber da hätte ich jetzt kein reparatur kit für braucht das kann ich doch einfach so mit dem schraubenschlüssel machen aber das spiel wollte es von dir wir haben keine minuten also lass mal lieber schnell anrufen ja über das funkgerät und dann seit am anfang ist ein bisschen ein bisschen tricky soll ich mir da oben reparieren oder wird jetzt brauchen wir jetzt bräuchte nicht oder nee das wird aber da brauchen aber unterbrochene wand ersetzen 1 und reparieren aufgabe für dildo ach hier die wände jajaja hier so jetzt haben wir das hoch kontaktiere den 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 kapitän schwarzes pulver herstellen kupferplatten nehmen kupferrohre nehmen ich glaube kupferrohre das ist ja drei minuten achtunddreißig schwingel stellst du den pulver her okay kann man denn sachen wieder rausnehmen ok und wie den gegenstand wie wie stellt er das denn okay der vulkan bricht aus ich habe mich für warte alle drinnen ja war ja hast du okay ich habe mich verklickt ich wollte daneben eigentlich rein klicken aber okay gut zu wissen man kann auch so fahren okay ich dachte das muss so naja dann können wir hier unter unterirdisch noch ein bisschen kraften rohstoffe haben also ihr könnt das mit rechtsklick auch über über links ja genau das kann man auch heiler machen wenn er möchte und jetzt die restlichen kupferrohre herstellen und kupferplatten herstellen aber wie mache ich die kapsel jetzt ausgebild er sind hier und verwendet du brauchst du brauchst kupfer im inventar das muss du musst vorher rausgehen gucken was du in deinem inventar drinnen hast du schon mal ein bisschen blöd gemacht das hast du nicht draußen abgebaut habe ich vorher ein alt abgebaut macht okay haben wir hier irgendeinen schrank wo ich das erstmal rin packen kann ja aber die kupferrohre baut er jetzt bei mir hat also gerade nicht angefangen zu bauen durch die platte ich habe eins im inventar ja 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 weil ich weil ich kupfer im inventar habe baut er das bei mir wenn ich reingucken okay also teilweise muss wenn man crafte doch immer reingucken die ganze zeit bis das gekraftet hat später glaube ich nicht mehr okay muss man muss noch mal schauen genau weil ich weiß noch nicht wie das mit den kisten interagiert was sind das für eine anzeige rechts die gelbe die immer weiter runter geht zu dieser gehen war oder oder wie das ist das glaubt dass uns ein weiterer oder ich glaube das ist ja weil du kannst man hier anders an das lenker abgehen das lenkt hat ich sehe keinen lenkrad hier sind zwei hebel und ja zwei hebel aber darüber ist ein lenkrad ach das soll ein lenkrad für dich sein okay ja habe ich dann kannst du jetzt auf der map glaube ich rumklicken und die ressourcen einsammeln okay ich sehe nur kupfer darf ich auch ins heiße fahren oder ist das denn beziehungsweise könntest du jetzt auch noch mal kurz in der minute bricht ja der vulkan aus und kann das ja mal gucken haben wir zusammen großen dings da kannst du mit dem wir es gucken weil sie ausschauen schauen das ist für ein großes ding diese großen felder da diese david hier sind viele große felder wenn einfach ein großes feld sagt was soll ich denn damit anfangen man ein was zu anklicken kannst das wie eine station da wurde losgefahren ist quasi ach so das loch wo ich reingetaucht bin das meinst du dann sagt es doch so ich bin jetzt in dem loch und jetzt jetzt lädt hier irgendwas im loch ja ich glaube jetzt bin ich aufgetaucht du ich weiß nicht wie das spiel funktioniert ich mache nur das was du mir sagst jetzt sind alle tot war genau im falschen moment hochgekommen aber aber ich hab dich extra gefragt der große loch wo ich herkomme ja ich geh hin und zack taucht da gleich um ab wir sind tot ex nein ein batter warum tauchst du dann tauchen wir jetzt wieder hoch du du hast gesagt ich soll zu dem echt nee nee das machst du ich mach hier ja nichts mehr du wurdest schwer verwundet normalerweise wenn du davor bist geht dann unten kann man unten auf auftauchen gehen dass du sofort auftauchst wusste ich ja ich habe nur in die richtung geklickt und das ding ist drauf gefahren und ich bin aufgetaucht oder jemand hat an dem hebel gezogen der da an der seite war weil da hat jemand auch zweimal dran gezogen es kann auch ich gewesen sein ja jetzt warten wir einfach oder wird ich bin schon draußen hier draußen ist alles neblig ja hier ist ascheregen aber ich sterbe anscheinend nicht wir müssen unbedingt an unserer kommunikation arbeiten und dennoch wirklich die wörter benutzen die wir benutzen wollen und nicht das große ding oder so das große damit anfangen aber meine ganzen werkzeuge sind alle weg ja natürlich weil du verreckt bist du musst das zu deiner leiche sein wieso ich luft da hier draußen rum läuft hier eine leiche draußen rum oder ach nee dann ist das alles unter der erde und es ist vielleicht für immer weg genau weil ich wollte jetzt jetzt andere erz abbauen aber und die kohle aber geht ja nicht also keine gute idee mir irgendwas versuche zu zu erklären wenn kurz bevor der vulkan ausbricht das ist immer eine dumme idee das merken wir uns schon mal so immer zu meiner leiche wo ja wieder neue gegner das war dumm ich kann wieder das alles da drin wo jetzt die gegner sind tschüssi ich würde da nicht lang laufen tschüssi ich bin einfach rein daran ja aber ich sie raus gelockt habt du nase weiß jetzt muss ich mal gucken aber hier liegen unsere werkzeugen alter der penis kommt mir hinterher er steht direkt vor mir sondern natürlich nicht mal nicht auf der karte also wenn du drückt hat sich quasi seine kuh und dann die karte und dann wird er dann ein schwerfall ein schwerfall ein schwerfall ja aber was ist das auch für ein dummes tutorial in dem spiel mal ohne witz alter nein irgendjemand hat an dem hebel gezogen weil wie gesagt normalerweise musst du unten auf auftauchen drücken oder den hebel zu auftauchen drücken ja das war echt nicht stimmt das war echt gar nicht vielleicht ist es auch so wenn man drauf drückt auf den auftauchen aber das war halt ein blödes moment der eine sekunde später ich hab nur ein dt gemacht was du gesagt hast also wenn dann gibt dir selbst die schuld dran ich hab doch nicht gesagt dass du wie gesagt normalerweise taucht man da nicht auf außer du drückst auf auftauchen wenn du das nicht gemacht hast dann gesagt weiß ich nicht wo das problem war aber leute unsere rucksäcke sind auch alle hier ich komme ich komme zu dir du bist da hinten du bist der grüne grüne punkte oder bist du im u-boot noch ne 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 schwenny baupi hat die rucksäcke kommen zu dir ich seh dich achso so lauf ich schneller oder was okay das schützt so kleiner dildo welchen rucksack welcher essen ja oder wer diese mehrere spitzacken ich nehme mal nur die aus hier sind ja immer noch die gegner ich hab gedacht ihr habt eure rucksäcke ich bin bei dem boga wo wir alle verreckt sind weil du musst weiterlaufen ist an einem feindlichen wora den müssen wir gleich noch übernehmen auf der karte hast du die ist aber nicht karte und dann siehst du eine kuh drück siehst du unten deine task leistung da kannst du dann fünf drücken dann hast du eine karte dann ist er ist aber sie hinter die wora weil da steht ja durch übernehmen wir können ja nichts mehr drücken dann bist du auch da dann siehst du uns hier hinten wo wir stehen er kann auch mit dem mauszeiger aufgucken ja geradeaus 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 und dann leicht rechts wir packen keine waffen aus wir packen keine waffen wir holen uns jetzt neue schiffe und wieder einfach dass ich das auch laden das wo wir können das vielleicht auch abbauen ja wir können das abbauen kriegen sachen raus da hinten läuft da schon wieder hinlosen feinde die die umsingeln uns da schießt vielleicht erst mal drauf weil auch hier ist der bewaffnet ist will doch nicht sagen dass ich der einzige mit einer waffe bin oder ja dreimal du aber aus versehen gleich mal aus versehen hau dir auch mal dreimal aus versehen in die presse und sagt huppala zu typ alter verstehst du keinen spaß heute guck mal die sind doch schon tot versteh spaß wenn ich dich umbringe nicht wenn du mich umbringst ich wusste du musst mal gucken ob das geht nein dann sache doch es geht fahrt euch die munition wir müssen da hinten neuen bohrer übernehmen ja klar schieße ich feiler nicht nee ey toll das ist schon der erste mal so die wird jetzt schieße ich die ohren arsch fertig ist die sache feiler kann darüber nicht lachen ich finde das total lustig ich finde es schön du wenn wir alle en masse haben kannst du mich gerne so umbringen wie du willst am anfang des spiels finde ich bloß schwachsinnig weil dann gehen wir 80 mal drauf und dann habe ich wirklich irgendwann kein bock mehr nein komm du hast lust wo bist du ach so den kern cool da habe ich gar nicht drauf gedrückt ich stehe außerhalb und habe das fernglas in der hand das ist cool wir hatten eigentlich den kern jetzt ja ich glaube kann ich mir nicht nutzen muss ich zum u-boot und ein kern bauen neuen kann man die auch auseinander nehmen ne ne mit der hackeglocke irgendwie oder die fallen auf jeden fall auseinander aber und lösen sich dann aufweg mit der hacke druckbauer aber ich sehe hier nicht dass ich irgendwelche rohstoffe kriege löst du dich auch auf wenn ich mit der hacke auf dich einschlage nein mache ich jetzt nicht nicht dass du noch ganz sackelig wirst äh david soll ich zum u-boot äh und 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 sowas so einen kern bauen oder wie du hast ja zugemacht war ja wie sollen wir denn reinkommen na jetzt sind wir genau wieder auf dem level wieder vor außer dass wir jetzt noch 16 minuten haben ach so ihr könnt das ja auch alles reparieren mit eurem äh wir müssen nur repariert digga noch herstellen äh ich hab noch repariert ich zeig noch zwei dabei kann ich in die werkbank hochsachen reinpacken ne nicht wirklich das ist ja scheiße nur das was für im inventar hast oder ich weiß noch nicht wie soll ich denn von meinem inventar was in die werkbank packen bitte nein du kannst du kannst nur wenn du in der werkbank dran bist musst du das im inventar haben das war ja nicht meine frage ja du kannst doch mal was reinpacken nein danke ja ich pack hier alles in die kiste um ich kann das spiel auch erst sein ihr sowieso weiter als so war ich bis jetzt auch noch nicht nicht so dass ich das schon eine stunden vorher gespielt habe was soll ich denn reparieren jetzt alle alle das was am deutschen kaputt ist jetzt lass mich mal ins schwer gucken was hier kaputt ist ach der zeigt dir durchschick wurde bereits von der eigenen mannschaft übernommen blubs okay nur falls du irgendwas brauchst bedient euch oben da ist die kiste fast voll an materialien hier könnte ich nur was herstellen vorgene stripper reagieren wähle spitzhacker aus schließen levelt man eigentlich auch also ich habe es zumindest bis jetzt noch nicht entdeckt weiß ich nicht aber ich habe spitzhacker auswählen und ach geschützt türkmodul ist der auftrag jetzt machst du das damit oder was kannst du machen und du bist grad an der box wo alle drin ist ich habe nicht mehr in der foto ach so nach den schraubenschlüssel solltest du nicht wegpacken den schraubenschlüssel habe ich und eine picke auch ich habe eine waffe okay war zum heilen habe ich jetzt nicht mehr bei aber hier oben würde ich nur die 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 kiste funktioniert glaube ich nicht mit unserer werkstatt deswegen unten haben wir eine kiste die hat auch 40 platz die benutzt das benutzt glaube ich alle unsere dinger also alle nach unten ne nicht alles ich habe es also jetzt sortiert also das was wir benutzen also das die gegenstände waffen und co die die wir nicht zum craften brauchen die sind oben drin und unten packen wir halt die ressourcen zum craften ein so die wird mein sonnenscheinchen ich habe hier nichts davon zum reparieren okay hast du den den drill dings gebaut also die mission oben gemacht also wir müssen eventuell mal wieder schwarzpulver herstellen revolver munition und schwarzpulver der auftrag der geschützt um das weiß ich nicht wo sollten das machen mal koffer platten können wir machen kupferrohre haben wir auch ich gucke mal die karte ein ich habe zwei kupferrohre bei auf jeden fall aber ich habe keinen keinen dass die ganze netz ja du musst mal links gucken es gibt mehrere etagen ja das ist ja auch gesünder sonst wäre die ein bisschen klein die ein bisschen kleiner du kannst dich schon ordentlich viel bewegen naja ist ein ordentlich ich würde sagen wenn man jetzt ohne ebenen zählen würde werdet vielleicht ein zwanzigstel von the forest weil hier ist die bote wesen hier sind wir die stadt und hier interested sind ja schon mehrere zentimeter aber wie es aber ist ja auch ja da habe ich ja gemacht aber tut mir leid durch das spiel zurück kann ich machen kein thema mache ich aus und gibt es wieder zurück so ich habe es ja noch keine anderthalb oder zwei stunden gespielt jetzt müssen wir das schießpulver rausholen dann holt mal schießpulver raus ich habe zwar schwefelpulver und 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 warum ja seht ihr nicht die gleichen symbole wie ich bei mir schwebt die ganze zeit gegen habt es jetzt auf deutsch gestellt ja ach jetzt warte mal jetzt jetzt steht hier warte 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 weil überall schwirren sachen mit 56 100 meter was man machen kann oder was ist das die quest von uns weil er guckt man hier steht auch bei der herstellen oder ja aber ich habe nichts zum herstellen also kann ich nichts herstellen ich kann material ab kann ich nichts herstellen dass du mir aber ihr seht ihr seht das gleiche wie ich nicht dass das irgendeine einstellung ist man sieht es klar aber wenn man hier so durchläuft und so hier sind überall irgendwelche blinkenden lichter und hast du nicht gesehen dann muss man erst mal drauf klarkommen was so vielleicht ich musste den blue mal ausstellen das habe ich auch gemacht weil mir leuchtet nicht so viel kann ja mal kurz die grafikeinstellung durchgehen wenn du möchtest also beziehungsweise ist blumen eigentlich nur runter ins inventar reingepackt was das was wir brauchen aber da ist immer noch schwarzpulver drin das schiffe immer noch dass du schwarzpulver nimmst ja schwarzpulver und ich soll das selber herstellen oder wie ne diese kupferplatten sollst du jetzt auch rausnehmen stehe da oben rechts oder sie nur ich das so und weißt du nicht die kupferplatten habe ich ja und oben rechts steht dann immer noch kupferrohr nehmen sechs stück äh kann ich das aufteilen warte ah mit r ok und wenn peiler möchte kann er in der werkstatt schon mal äh die pistolen munition herstellen also die pistolenturm munition müsste bei munition drunter sein und dann steht da ja pistolenturm munition herstellen und pistolenturm modul herstellen habe ich gedrückt aber wie gesagt ich habe die materialien nicht wie soll ich das dann herstellen welche materialien brauchst du hier schwefelärzt ah ne weil weil äh kannst du das schwarzpulver mal wieder in die kiste packen ok warte ich pack sie jetzt zurück ja ist die rohe hoch zurückpacken oder nicht warte ne ok ok gut nehm mal mit der kiste funktioniert es doch nicht ok also nehm ich das wieder so jetzt habe ich das ok also die kiste greift bis jetzt noch nicht auf die werkbank zu ich glaube ich habe das schon gesehen wo die denn einfach eine kiste packt warum sehen wir eigentlich alle gleich aus weil das spiel eigentlich ein singleplayer am anfang war und viele leute haben sich gewünscht dass es ein multiplayer ist oder so haben sie gesagt okay wir kümmern uns jetzt nicht so hart um den multiplayer aber wenn ihr einen haben wollt dann kriegt er einen mhm also es funktioniert auf jeden fall besser mit den missionen dass nicht jeder die missionen machen muss sondern und dann gibt es noch andere multiplayer die vielleicht nicht ganz zu fehlen der gegenstand was fehlt hier was fehlt hier das spiel sagt dir was fehlt ich weiß noch nicht ich will den Stellenputz holen Modul her ach das Modul fehlt warte mal jetzt bin ich auf der Werkbank auf Module ich glaube oben rechts steht sogar auf welchen Reiter du wählen musst wir stellen jetzt mal auf Ultra hier ach hier auf Werkbank ah ok jetzt ist das soweit jetzt bin ich doof geworden Anti-Elasing ey ich weiß nicht ich kannst du hoch stellen hier ist alles voll aufgedreht hier ist alles voll aufgedreht das voll aufgedreht das voll aufgedreht ich weiß nicht ich mag immer dieses hell krass der Blumen hatte ich jetzt wie gesagt ausgestellt erstmal ach ne jetzt ist es eh hoch jetzt ist alles hoch und Ultra hab ja noch genau die gleichen FPS wie vorhin nämlich über 100 und spiel sieht trotzdem noch matschig aus naja egal versteh nicht für was man ne Grafik von Mittel auf Ultra stellen kann und trotzdem sieht alles noch matschig aus aber das ist egal wenn das Spiel viel Spaß macht mit dem Abtauchen fand ich ja schon mal sehr lustig also nochmal also wenn wir beim Abtauchen schon mal sind nochmal dieser Hebe hier ist komplett tabu ja wenn man wenn man und wer stand da neben mir wo ich da war ich brauche jetzt einmal schwarz pulver hat er gerade in den hinterkopf mir fehlt als pulver dann kann ich hier die pistolen tun munition bauen und david ist am machen ich muss mich auch erst mal die geräte gewöhnen wäre auch schöner gewesen wenn die entwickler da mal ein paar knallige farben gemacht hätten dass man weiß alle klare gerät wo man hier chemie sachen machen kann wie schwarz pulver hat die farbe wir können das ding später auch noch erweitern also das ist jetzt nicht die maximale größe die wir haben da ja ja auch noch nicht der zugfestung kann keine das muss sich vorstellen das ist der der einfach belobten genau dass der einfache offen wenn du hier was drinne hast und was im menü also die gegenstände menü kannst du hier auch auf das plus klicken dann macht das gleich automatisch was oben eingestellt dass das ist einfach mal ein telefon genau hier kannst du steuern mit deiner energie dahin ich weiß jetzt nicht was das andere den zahnrad und das hier ist halt für hoch und runter daneben hat das telefon für quest steht da oben aufgaben in sechs minuten ist das soweit freunde wir können ja dann noch weiter diskutieren unter der erde und hier oben das hat mir gesagt noch alles erweitern hier kannst du halt rausgucken genau also wie sagt würde ich sagen dann fahr ich gleich und dann guckst du dir erst mal den den vulkanen explosion an ich habe ein problem das ist aus versehen alles genau habe ich ein halbes 1 1 hergestellt aber ich kann keine stelle pistolen turm modul weiter her aber er sagt ihm fehlt was was kupferplatten und kupferrohre das ist jetzt ist es drin jetzt muss reichen leute ich glaube jetzt jetzt hat das jetzt ist es genau wie der entsprungsschlüssel ja jetzt hat aber ein bisschen nicht geht muss der australien ich bin froh wenn die welt wenn die welt in echt untergeht wie wir uns alle anschreien werden ganze zeit so peiler kommen wir draußen und glas wobei zwei draußen noch schnell eine runde rumrennen aber genau nehmen immer deinen schraubenschlüssel jetzt in die hand ja ich weiß gar nicht ob du hast nicht ganz traurig ich habe ja das an die türen ich kann hier irgendwann anbauen ja genau setzt mal ein modul hier haben das nur die vorne oder hinten an der seite kann nichts hier oder oder warte mal ich bin gerade runter gefallen so hier also ich kann es hier ja genau da kann ich hier noch jetzt anbauen nehmen machen auf die andere seite dann wenn dann weil wir können modul an unser in unserer schiff bauen und das ist quasi verteidigt und warum kann ich jetzt nicht mehr reparieren und warum sind die zahlen rot muss ich dafür nach innen gehen oder wird was den schraubenschlüssel in der hand deswegen siehst du die kaputten sachen ja und um kaputte sachen zu reparieren musst du dir ersten reparatur kit herstellen bei der werkbank so jetzt haben wir das erledigt da oben nicht nur eins ersatzwand tonbezieht munition aus büllfach ich glaube ich glaube die müssen wir herstellen ja mal vorhin verbraucht für die die quest ach so aber wir können für finden vielleicht auch gleich welche beim luten auf jeden fall in vier minuten 18 gucke mir schnell noch die häuser an und ich werde in den hebel wieder hoch und runter ziehen und dann werden wir mal wieder freude haben wenn du das heute noch dreimal machst denn hier kann man mit der spitze die tür in den keller kaputt machen beim vierten mal wirst du mein dicker kumpel ja also ich würde jetzt sowieso erst mal den erste was wir sind ja die kisten altvoll wir haben ganz viel das schön aber denkt man wir haben noch drei minuten kommt man auch hier durch die normalen türen rein ja nur mit der spitze es muss zerbrechlich aussehen damit es zerbricht aber schon mal schade wer hat dann eigentlich vorhin die munition hergestellt vielleicht habe ich dennoch in einem toten gegner gefunden oder einer kiste wo soll ich denn dir die die häuser rein könnte in den keller ich glaube mal also ich weiß nicht ob es war ich noch nicht reinkommen weil jedes starter gibt es kann man auch vorstellen dass wir irgendwo wo soll ich denn die pistolen tun munition hinpacken was steht denn da auch der einzige keller wie das aussieht ach hier soll ich den gegenstand für ah ok ja klar wie gesagt das steht leider überall leider ja ich sehe es halt immer die ganze und denke mir so herr habt ihr seht ihr das nicht nein wir sehen das nicht so jetzt sind alt david wir sehen das nicht kontaktiere den captain kann man noch bäume fällen mit der picke nöber der vulkan steht kurz vorm ausbruch wir müssen abtauchen eigentlich um so gleich tür zu und dann ich bin doch nicht doch ich gucke mich noch um dem wagen rum rum ob ich hier noch was abbauen kann aber ich sehe hier nichts doch da vorne ist er schnell aber jetzt die hacken wie schnell kann david starten brauchen doch ressourcen ok da hinten hole ich jetzt nicht das dauert mir zu weit ich komm jetzt mal hin die zeit läuft weiter also wenn wir zu knapp machen könnte uns der vulkan auch erwischen und der durch schade ist dass das loch nicht im boden bleibt sondern dass er einfach irgendwie in den boden rein gleitet das ist schon so ein bisschen hast du mit escape könnte da auch rausgehen heiler dann gehen wir nach oben ist der ausguck hier ist bewegen und ja ja ich den hebel wieder aber ich sehe nicht mal den vulkan david kann ich noch irgendwie hoch und dann kannst du dich umdrehen aber ich kann mich drehen aber mehr nicht da sind die bäume jetzt vor und jetzt ist geschlossen wenn der drittschirm fährt dann kannst du nicht ok ja wenn man nur hoffen aber wir sind wenn er im drückseite sind die karte da haben wir hier fünf mal kopf verehrt da haben wir da schwefel hier ist ein sichere sichere felder ach so das ist ein loch wo wir rinniert ok jetzt ist neblig draußen das macht immer puff kommt ein pilz und das neblig draußen hab mir ein bisschen mehr erhofft aber das spiel ist doch von einem kleinen entwickler das ist laut ey wie soll man denn die richtigen die sounds hier einstellen alter er kann nicht noch weiter runter von der lautstärke ist doch von einem kleinen entwickler team oder david das ist doch kein großer ok dann kann ich dir doch alles verzeihen ist schon geil oldschool gemacht erinnert mich ein bisschen an packen packe das ei dort rein mache dies machen will brauchen wir mal auf kann ich die tür vorher öffnen sterben war ja schräglage cool und jetzt wenn man auftaucht und neblig ist sieht man ja nicht aber man kann sich dann einfach die graue wand angucken das ist dann filmische zwischen sich das ist schon aufregend das ist okay bis jetzt ist der motor kaputt jetzt weil zu neblig hier drin ist wir sind aufgetaucht mein freund nee aber hier drinnen und ist bei dir oben nicht merkt euch wo wir das schiff geparkt haben wir sind doch aus dem gleichen loch wieder rausgekommen wo wir her kamen oder nee wir sind weiter oben also der hafen ist ja und ja stimmt das ist die erste und dass die zweite wir können auch noch mal ein stück stück fahren mit dem ding das ist jetzt nicht das problem warum warum lichtet u-boot eigentlich auf sand obwohl da wasser ist wenn man auf die mini karte guckt könnten auch hier 300 habt ihr die quest 300 meter in der richtung oder wir fahren dahin aber das problem ist halt auf dem auf dem ausgang können quasi auch andere tunnelbohrer stehen dann können wir da nicht auftauchen das heißt es kann gut möglich sein dass wir gar nicht weiter gar nicht weiter fahren können wir müssen erst den tunnelbohrer da hinten platt machen abbauen dass wir überhaupt weiterkommen mit dem ding kann sein ja der einzige hat mich bloß wundert wenn man halt die grafik von gut auf ruhig erstellt dass sich dann nichts verändert ob die de plus alibi mäßig ins spiel entwickelt haben oder weil die matsche texturen auf dem boden und zeig immer noch obwohl die finger voll sind oder unser ding macht räusche werde ich den feindlichen da sind ja ja kann halt nicht ewig sprinten also das ist ja behindert man nicht ziel doch auf ihn warum trifft das denn nicht was ist denn das für ein scheiß spiel das ist ja geil ja jetzt traffic oder was so du musst auf das geil ich wollte mich nicht so aufregen leute ich will nicht so laut sein ich denke mal david hat alles gerade raus genommen ich bin in meinen drill bums ist beschädigt und ich habe darum der nächste die gelben punkte bringen glaube ich kritz kann sein wenn man nicht die ganze zeit auf einen schießt und jede einzelne kugel daneben geht ich habe erst mal keine munition mehr und zweitens hat das müssen wir erst mal reparieren hier sind vier schuss drinnen die hier raus warte mal wie heilt man sich denn eigentlich ich komme noch nicht rein du hattest die heildinger bei das waren so ne plus ja 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 ok ich muss ja mal heilen weil ich bin kurz vorm stamm ah cool ich komme hier immer noch raus ich will auch ne schrotflinte haben das ist voll unfair dass die mit der shotgun rum begangen hier kommen noch mehr von hinten hier kommen noch viel mehr scheiße oh die kommt ja von allen seiten jetzt ich würde aber eher sagen david rot ist split ich treffe den nicht ich ziel doch genau auf ihn drauf ich bin stehen geblieben sogar ich habe es ausprobiert ich habe keine muni mehr ach du heiliger ich muss mich erst mal heilen oder war das nicht heilen warum habe ich mich nicht geheilt wo kommen die denn jetzt alle her warum kommen da immer mehr weil der vulkan bricht ja oft also ach so wie kommt da wo ist die Lama wo kommen wir von überall uuuuuh wo kommt da immer mehr ich glaube wir dürfen da nicht so lange bleiben wir dürfen rüchten für den Schiff ok der Schiff da fällt ist ich hab ja keine Hunde weil ich hab ja eh keine Munition mehr wenn die Munition da reingepackt habe meine Muni ist auch gleich alle also ich glaube hier hätten wir noch nicht hingen dürfte fest hat es gesagt aber ja da steht auch Stocke Munition und Heilspray Bestand auf äh äh ich hab ein Heilspray benutzt aber ich hatte so das Gefühl als wenn das gar nichts gebracht hat doch ist gleich voll also meins war ich war fast hoch und es ist komplett voll gewesen dann oder ich hab's nicht gesehen vielleicht habt ihr das ja gesehen meine Lieben ich hab auf jeden Fall nur ein HP oh der 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 ballert der richtig gut rum hier unsere unsere ich würd sagen schnell rein und abtauchen einfach ich bin aber so langsam ja warum wir haben uns schon verloren ja erstmal muss ich jetzt Munition bauen wir mal gucken wie das geht wir brauchen Munition dazu äh wir können ja hier vorne noch in die beiden Häuser gehen vielleicht sind da nicht ganz so viele wir brauchen Kupfer Patronenhülsen und Schwarzpulver da oben ist glaube ich auch noch Munition drin ah vier Schuss ok ok das cool ist so gesehen so ein bisschen wie auch ein Menü brennt ihr durch die neue Technologie erwerben ok das klingt aber auch nicht schlecht so noch total 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 also aus Ressourcen packen wir hier unten oh hier draußen rennt total viel rum oh cool ich hab hier eine Bergbank drin äh ach der macht immer Alarm wenn welche kommen äh der Drillschub ist beschädigt steht bei mir wartet doch immer sein mag dann denk mal den versuchen zu reparieren erstmal hab gedacht das ist jetzt auf deutsch das Spiel dann lese so wartet das wie bei mir steht Drillschub Geschütz Munition wird knapp stelle Munition hier hä 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 können wir leider nicht wir haben keinen Schwarzpulver das Ding musst du gedrückt hatten ah schön und wenn ich das nicht mache und nur einmal drücke dann verpufftet einfach oder weg das hört sich dann stark so an jetzt steckt er dann wieder zurück du wusstest irgendwie ne ich hab aber keins mehr ich hatte nur 1 bei ach so ne ach so ne aber äh ja ok weil das nämlich die Gegner in der Nähe auch heilt deswegen ist es wahrscheinlich dass es weggegangen ist ich wurde jemand anders dadurch geheilt also wenn ich mich selber heile und ein Gegner steht neben mir dann heile ich den Gegner und nicht mich nicht gegen nicht Gegner verbündete ok äh Reichweite 5 Meter steht ja jemand in der Nähe und deswegen wird es auch verbraucht wie kann ich denn den 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 warte mal den Drillschub oh komm wir gehen hier mal in die Mine Leute machen wir uns das Thema an sieht sehr interessant aus jetzt nach unten ok ist hier noch was drin ja wie gesagt kann auch jeder für sich selber erkunden wir müssen uns doch eh halt in 16 Minuten wieder beim beim Dings treffen also plant ein bisschen mehr Zeit lieber ein rückweg auf jeden Fall ja aber müssen wir gucken dann können wir das nächste wahrscheinlich nicht auftauchen oder die tauchen jetzt weiter auf äh ich finds bloß krass dass auch überall Werkbänke und so mit rumstehen dass du dich wirklich denn gefühlt hier länger aufhalten kannst oder schnell deine Muni oh ich hab zwei Granaten gefunden äh Geschützmunition wird knapp äh aber ja dann das ist so wenn dein Ding kaputt geht äh haben wir ja grad eben auch gemacht wenn wir uns einfach ein neues von denen gesnackt haben das aufgepöppelt und sind damit weiter ja weil die Wellen greifen uns ja auch immer wieder an also es kann schon gut öfter sein dass wir unsere Basis verlieren aber wir kriegen dann halt immer wieder schneller Ressourcen rein deswegen sollte der Schutz auch nicht äh unterschätzt werden nein brech ab okay abbrechen ist einfach schnell eine andere Waffe in der Hand nehmen falls ihr irgendetwas macht ja was ihr nicht machen wollt okay hier unten jetzt noch irgendwas bist du in dem Haus rändern daneben ich bin in dem Haus wo eine Mine dran ist und ich renne hier grad durch die Mine durch den Ölgeber äh 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 ich seh ich seh okay hier gibt es viele Wege ah cool er wäre eigentlich noch ganz gut zu finden aber wie gesagt sei sicher dass du rechtzeitig wieder rauskommst obwohl ich weiß gar nicht wie das doch noch 14 Minuten 30 sollte doch ausreichen oder ja merkt ihr den Rücken heute ich damit mal sagen ja ich weiß also wenn es zwei Minuten sind muss ich mich schon sputen hä ich kann mich hier durchkämpfen aber hier ist nichts das ist ja gemein lieber Herr Entwickler wenn du schon eine Tür machst die man kaputt schlagen muss dann sollte sich dahinter auch was befinden aber das haben viele diese Probleme da bist du noch bei unserem Ding ich baue äh kupfer ab und alles ganz weit weg du siehst du die Plakate ich bin am Arsch der Welt äh beim Gegner ich seh den gerade auf dem Berg hier aber du hast irgendwie angegriffen man könnte auch die Sirene ja auch die beschützende Tier okay hier kann ich nicht weiter abbauen ich will erstmal nicht ob man später auch Waffen verbessern kann und soweit ja kannst du kannst schöne Waffen bauen richtig geiler ey ich brauche Kohle brauche ich um Munition herzustellen hab ich es jetzt noch nicht gefunden ne ich finde immer nur Kupfer ja ich habe auch ganz viel Kupfer aber wir brauchen Kohle äh wir müssen daran denken die Tür zu zu machen warum die Gegner laufen rein oder was ja wir haben uns die Wand kaputt gemacht schön der geschützt ums Aufblick boah und noch mal ja alle aber mein Drillschub ist immer noch kaputt hier ist wieder nix noch mal ich habe keine Schwefel gefunden ich glaube jetzt einmal durch alle hier durch und schwefel habe ich schwefel schwefel ist auch drin und schwefel erz ich glaube ich habe alles und tiefer runter komme ich nicht hier waren wir hier waren wir hier waren wir da waren wir dann kamen wir hier wieder raus doch wir haben alle wir können wieder zurück hier oben ging es ja auch nirgendswo weiter schön 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 Belebungswerkzeug Kupfer und Schwefelpulver wie die Hände aussehen fällt mir ja grad mal auf ha jetzt sieht ja aus als hätte ich keinen Daumen sondern wäre mein Daumen äh hier hat mein großer Zeh oder so ist das so ah ok wir können bei den Geräten oder bei den Werkbänken können wir unten rechts auf aufwerten gehen achso Blaupause fehlt ok wir müssen Blaupausen erst finden wenn wir das aufwerten können Modulung Pistolenturm ich bin mal gespannt wieviel Inhalt das Spiel bietet achso wir können ja wenn jahrelang zu tun haben das glaube ich nicht so jetzt ist ja die große Frage ah ok ich muss ach da sind das glaube ich nicht meine Lieben natürlich wenn ihr äh hier so fleißig dann zuguckt und so äh und euch das gefällt lasst ja einen Like da oder wenn es euch nicht gefällt auch einen Daumen nach unten damit wir Bescheid wissen schreibt gerne auch was in die Kommentare wenn ihr irgendwelche Ideen habt äh oder was man sonst so mal spielen oder machen könnte das wäre auch immer sehr sehr hilfreich oder was man verbessern kann oder so äh ähnlich Schutztum haben wir noch und wenn ihr natürlich ein Abo dalassen würdet 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 auch sehr äh weiterhelfen meine Lieben da ist schon mal ein großes Danke für oder 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 cool kohle kohle gefunden wie sieht es denn überhaupt aus am Strand liegt ganz viel in einer Strandnähe hier ist alles Strand liegt Kohle naja unten am Strand liegen schwarze und dann wenn wir den Berg gleich hoch ist sehr viele Kohlenstücke warum liegt am Strand Kohle macht er überhaupt keinen Sinn hat das Spiel einen Sinn äh denke überleben so hier ist ein großer ein großer Canyon äh 26 Kohle und 35 Kupfererz 8 Schwefel und Schwefelerz 9 ach hier hab ich auch nochmal Kohle ok 46 Kohle brauchen wir ganz ich hab aber auch gedacht dass wir wesentlich länger unter der Erde bleiben müssen oh was nicht aufgetaucht ist grad so ein Ding so eine Raupe aufgetaucht das kann man am Anfang ja auch äh eigentlich bleibt es ja so lange unten ich bin voll überfordert ne das sind andere man muss auf der Karte gucken die mit den Sternen sind böse ok aber vielleicht sind so schwache böse da läufst du gerade hin zu dem bösen ja also da waren wir ja vorhin mal gucken ob da jemand drin ist oder ob du da reinkommst jedenfalls fliegen hier ein paar Roboter rum vielleicht muss ich erstmal Munition bauen hier schnell damit wir Munition bauen jetzt greifen sie mich aber gar nicht an dann lächelst du mal freundlich aber rin kommen tue ich trotzdem nicht also man muss die S zerstören ja na oder wir müssen oh die steigen schon aus ich renne wir müssen uns irgendwie aufsprengen oder so weil wir müssen ja da rein ja ich hab da Nagen wir brauchen wahrscheinlich noch bessere Werkzeuge Schraubenschlüssel sie jagen mich ich renne ich renne ich renne unser ich glaube wir müssen unser U-Boot erstmal wieder reparieren weil sonst kommen wir gar nicht unter der Erde mit den Löchern hier drinnen oder? ja bin dabei oh fuck das ist glaube ich auch keine gute Idee hier sind auch viele Gegner ich hab auch warte ich hab für dich ah Munition bauen wir gerade alles klar äh Geschütztturmmunition kann ich immer noch nicht bauen was fehlt denn da noch ach Kupfer warte mal da müssten wir die Kupfer bleiben die machen dann bitte der Ranteller weg der Ranteller weg aber trotzdem verlegt noch nicht die getroffen 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 ah ich muss bleib stehen Junge aus der Kohle Schwarzpulver machen wo macht man Schwarzpulver hier Komponenten äh ich hab gedacht ich hab noch ein paar Schuss probieren wir mal eine Granate aus oh die explodieren gleich wenn die den Boden berühren wo mach ich den Schwarzpulver? ja super äh in dem Ofen ok 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 die granaten sind kein schwefel doch habe ich bei ich komme lieber wieder das ist ein höhe zeichen jetzt gemacht okay klar läuft 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 irgendwie er gerade munition und die macht ja da gleich verschossen erst macht bringt es eigentlich dass wir so viele von diesen grab ding anhaben können wir nicht kombinieren mit unserem jetzigen naja unsere maschinen hier es kann gut möglich sein dass wir auch sogar mehrere maschinen aber eine große die idee können wir ja noch erweitern später vielleicht bin ich das basispunkt gar nicht wohin mit dem ganzen scheiß den ich dabei aber man kann ja mal weiter stecken platten sind hier mehr als hier noch drin warte hier steht werkbänke werden dagegen über das spieler inventar versorgt ok 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 also es wirklich müssen wir im inventar haben dafür jemand weggefetzt weggefetzt kann ich kann ich kann es aber reparieren kann hier ab in den nahkampf kann ich reparieren die loch in der wand ich kann nur hier und was hinstellen ich würde ja so ein computer hier hinstellen aber irgendwie fast mitnehmen oder ich muss vor der türe stellen aber damit glücklich machen aber wir haben einen ersatz findet er die spiele idee echt super wir haben wir haben noch acht ersatz wenn dort hier nochmal das hier raus damit kannst du die gläubiger barriere hast du den computer wer sich in den kind gestellt habe da gebaut die lösung herren platz und die bau ich dir einfach mit dem schraubenschluss ich weiß nicht wozu der computer ist aber er hat gesagt ich sollen bauen die wenn der schon wieder dicht und wenn wir jetzt ich wollte noch vielleicht ein tormodul jetzt noch auf die andere ich kann ja schon mal die tür zu machen weil die türen so gleich los so ich stehe mal ganz kurz hier sinnlos in der ecke und bin gleich wer da also computer und alles mögliche was hier schon fertig war habe ich jetzt nach oben geräumt der david also heilung munition und und ersatz wende baumeister kopf und und berg kopf und alles so ein scheiß ist alles oben und unten so groß die materialien an dem offen wo geht schon wieder los er rennt weg der schuft nichts mit weg rennen mein freund ein toll für alle fälle was können wir eigentlich aus den teilen machen die wir kriegen von den robotern also roboter teile in kopf und porsche unsere da steht irgendwas mit neuer technologien bekommen das war ein bisschen was vielleicht davon irgendwie sammeln und brauchen noch etwas bestimmte um herzustellen oder so jeder von aus hier forschungswerk waren kupferschraube aber okay ich komme rein sondern eine minute bin drin abtauchen ich finde es abtauchen viel cooler ohne das video wenn man selber merkt wie sich der bohrer langsam nach unten neigt ich hoffe mal das heißt ich würde sagen also forschungsbank haben wir raffinerie bank haben wir werkbank haben wir auch groß ne schrank oder bett ja bett vielleicht für später ach ja stimmt das war ja von den u-boot das ist ja unser erstes eignet ich bin ja ein horst ja wie gesagt leute schreibt dann auch gerne in die kommentare wenn irgendwie bild scheiße ist sound scheiße ist oder so das würde mir auch alles sehr sehr weiterhelfen oder schreibt einfach horst genau ach ich denke mal wir werden hier an der stelle denn auch jetzt so knapp nach der ersten stunde den ersten cut dann setzen also mache ich mal kurze ab und warte meine lieben danke für dabei sein danke für zuschauen lasst ja ein like oder ein das thema hatten wir ja vorhin schon über ein abo würde ich mich sehr freuen und der algorithmus freut sich darüber schreibt gerne alles in die kommentare was abgeht seid sonst immer nett und höflich und habt noch einen wunderschönen abend der vulkan bricht hier noch mal aus und dann sehen wir uns so gesehen in der zweiten folge wieder die ich dann gleich im anschluss anmoderieren werde